Leute, kaum sind die Kinder bei Oma. Was machen sie da? Handy spielen! Den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Seht ihr die Augenringe? Seht ihr die Augenringe? Tag und Nacht. Nur am Handy, am Spielen, am Wii-Spielen und nur am Zocken. Und nur am Popeln sein. Popeln auch. Was? Nur am Zocken hier. Was? Also, ein Wochenende bei Oma ist eine Katastrophe hier für die Kinder. Die haben nämlich gar keinen Spaß hier. Kann das sein? Was ist die da von mir? Oh, es ist nass. Ja, Luis antwortet nicht. Also Luis hat keinen Spaß. Doch, hab ich doch, doch, doch. Luis hat keinen Spaß. Und der Escher kaut auf irgendwas rum. Was macht der denn da? Der hat einen Knochen. Hallo, Escher. Na, hallo? Dein Knochen? Das ist mein Knochen. Mein Knochen. Meine. Meine. Du brauchst die nicht verdecken. Ich hol die mir trotzdem. Mein Knochen. Das sind Stannys Augenringe. Hi. Das sind Luis seine Außengringe. Hallo. Und jetzt wollen wir nochmal ganz kurz Emilio seine Augenringe sehen. Der holt ab. Hilfe. Der holt ab. Nein. Der flüchtet. Verdammt.